Vita ist zu Hause angekommen. Makino bewacht alles. Keto versteckt sich. Ronny kommt auch aus Cabra, die könnten sich noch kennen vom vorhin ja. Du sagst noch einer was. Mein Wasser. Da wird jeden zweiten Tag frisches Wasser reingelassen. Ja, was ist denn da los? Guck mal, was die da macht. Geh mal ins Wasser. Das geht ja so gut. Darf ich dir mal meine Brille geben? Das geht ja so gut. 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 Das geht ja so gut.